Herr Kolbe, das Unschieden heute dürfte sich vielleicht ein bisschen wie eine Niederlage anfühlen. Wenn man die Gegentore so spät bekommt, sicherlich. Wenn man das Spiel nüchtern und ganz objektiv betrachtet, muss man wirklich sagen, dass der Fortuna Kirchfeld über die 90 Minuten hinweg sehr viel Aufwand betrieben hat und den Punkt nicht unverdient mit nach Hause nimmt. Warum hat man eine 2 zu 0 Führung nicht verteidigen können? Weil man zwei Fehler macht und der Gegner zweimal zuschlägt. Es war jetzt die dritte strittliche Entscheidung, wo sich der Schiri entscheidet, Eschmeter zu geben. Aber in der letzten Minute darf man nicht so schlafmützig sein und einen Gegenspiel am langen Pfosten völlig blank stehen lassen. Das darf uns definitiv nicht passieren, aber ist heute passiert. Deswegen müssen wir den Punkt leben. Ihr vierter Spieltag in der Landesliga als Aufsteiger. Fazit? Wir hatten schon ein knackiges Auftaktprogramm mit den Spielen der HMG Lange-Steuerbach. Sehr abgezockte Truppe, ballsicher. Dann beim CFR konnten wir unseren ersten Sieg erringen. Danach ging es zum Topfavoriten nach Mutschelbach, wo wir uns auch nicht so schlecht verkauft haben. Allerdings haben wir heute mit einer extrem großen Personalsorgen kämpfen müssen. Zwei rot gesperrte Spieler, zwei Spieler im Urlaub, drei angeschlagene und zwei Dauerverletzte. Es haben uns heute acht Spieler gefehlt. Und selbst da hat man heute gesehen, dass am Ende die Kräfte von den Spielern, die noch nicht bei 100 Prozent sind, dann irgendwann mal zu Ende sind. Da mussten wir wechseln und dann konnten wir nicht mehr diese, ich sage mal, in diese Abgeklärtheit bei eigenem Ballbesitz umschalten und habe die Bälle zu leichtfertig hergeschenkt. Und ich hoffe, dass schnellstmöglich alle Spieler dementsprechend zurückkommen, die Sperre abgesessen sind und uns bis dahin was einfällt. Der nächste Gegner heißt für Sie Spöck. Wie werden Sie versuchen, mit schnellem Umschaltspiel in Ballbesitz zu kommen dann und dann versuchen, Druck auszuüben? Also es ist schwierig, jetzt gerade ein richtiges Leitfaden zu finden, weil auch viele Offensivkräfte fehlen. Zwei Stürmer fallen aus, Außenbahn fehlt, Zentrum fehlt. Also überall fehlen uns im Augenblick Spieler. Wir werden sehen, wie wir uns die Woche im Training präsentieren und dann werden mal versuchen, mit den Spielern, die uns zur Verfügung stehen, eine schlagkräftige Truppe aufs Feld zu schicken, die dann in Spöck hoffentlich drei Punkte holt. Und welche Ziele versuchen Sie jetzt insgesamt zu erreichen? Das Ziel war von Beginn an für uns Klassenerhalt. Es ist eine sehr schwere Liga, sehr ausgeglichen mit sehr viel Erfahrung in den einzelnen gegnerischen Mannschaften. Und diese Erfahrung habe mir auch. Allerdings konnte man sie zur Zeit so richtig nicht auf den Platz bringen. Ich hoffe, dass sich die Spieler, die noch nie Landesliga gespielt haben, was das Gros unserer Mannschaft ist, sich weiterentwickeln, aus diesen Fehlern, die sie in den vorangegangenen Spielen gemacht haben, daraus lernen und einfach die Kaltschnäuzigkeit, die wir Klass unten dran hat, mit hochnehmen können und dann einfach ein bisschen abgeklärter und einfach vielleicht auch ein bisschen cleverer in diesen ein oder anderen Aktionen agieren können und dann der Erfolg vielleicht auch zurückkommt. Herr Kolber, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Vielen Dank.